Sie klopfen an. Wenn er herein sagt, gehen Sie hinein. Sie klopfen an. Wenn er herein sagt, gehen Sie hinein. Wenn er nichts sagt, gehen Sie nicht hinein. Sie klopfen wieder an. Ah, ich komme wieder. Das ist, äh, aha. Lass uns mal schauen, was das ist. Ah! Sie klopfen wieder an. Sie warten auf eine Antwort. Herein. Sie sind im Büro Ihres Abteilungsleiters. Sie treten ein. Sie klopfen an. Sie klopfen wieder an. Sie treten ein. Und Ihr Abteilungsleiter erklärt sich bereit, ihn zu tun. Ah, schon wieder. Das ist, äh, okay. Da. Mal schauen, was wir da haben. Na, da. Na. Entschuldigung. Ja, okay. Aber entweder bietet er Ihnen einen Stuhl an, oder er bietet Ihnen keinen Stuhl an. Ah. Böte er Ihnen einen Stuhl an, so würde das bedeuten, dass er höflich ist. Ah. Nicht unbedingt. Böte er Ihnen keinen Stuhl an, so hieße das, dass ihn etwas stark beschäftigt. Bedeutet das, dass er unhöflich ist? Ja. Es bedeutet, dass ihn etwas stark beschäftigt. Ja. 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 Ja.